Na, Fuzzi, wie geht's dir denn da drüben? Oh, das ist so schön, so weit weg von dir. Endlich mal Ruhe. Wollen wir die nächste Mission machen? Ja, was ist die nächste Mission? Äh, wie wär's mit Schutzengel oder Lerncomputer? Was willst du haben? Hm, hört sich beides von Gey an. Ich nehm Schutzengel. Die reden doch von einem Kondom, oder? Danke Gott, ich brauche deine Hilfe. Fuzzi, I'm not moving anymore Boxes. Na dann, wie erst er da ist? Ich bin schneller. Ich hab' dir schon gesprungen gesagt, okay. Nein, da war's. Tja. Komm, spring ein. In die Ampel? Im Ernst, da war eine Ampel. Was, wär schneller das? Nein, komm, spring ein. Wär schneller das? Komm, spring ein. Wir schneller! Oh Gott, in dem Taxi, ja, da gewinnt's natürlich. Gib dir diesen blöden Pick-up. Was hast du? Muss ich erstmal zu Schrott fahren. Joa, oh gut, du hörst grad voll auf. Ja, aber das Taxi ist schneller, meiner ist viel schwerer. Und YouTube. War so das? YouTube. Das hat sich so, ein bisschen so. Ja, mein Spruch ist Internet. Ich mach eigentlich Internet. Internet. Tja. Der gehört mir und die Klauschen ja einfach. Schon. Ich dieb. Ach, das Auto ist scheiße. Du bist scheiße. Haaa. Da passiert ja gar nichts. Komm mal, wir fahren ja in der Gegend rum und alle sind irgendwie so friedlich. Autsch. Ja eben. Da ist gar nichts los, es schalt nachts. Saints Row schläft. Das heißt Stillwater schläft, wenn nicht Saints Row schläft. Ja, mir ist grad den Namen nicht eingefallen. Ach, ich ramme einfach jetzt noch den Typen. Du bist eh fast da, oder? Oh, hier kommt noch ein Bus, aber ich bin nicht schnell genug. Oh, da war ein unzerstörbarer Mascht. Ein unzerstörbarer Mascht? Ja, du würdest jetzt sagen, der war massiv, Alter. Der war massiv. Oh, ich bin vorweg gefahren. Ich bin ein bisschen vorweg gefahren, ich war schneller. Yeah. Ich war schneller. Ah, da kommen sie doch. Warte, wo häng ich da? Ich häng voll. Ja, das ist wahr. Weil einfach das Auto kaputt. Oh, hast du es gesehen? Nein, ich muss nachladen. Boom. Hast grad gesehen, wie die da überfahren wurden? Äh, nö. Ja, das Auto ist doch voll in die reingejumpt. Wie kann man sowas übersehen? Reingejumpt, oder? Und? Ja, ich hab nachgeladen. Boah, ich hab da einen aus dem fahrenden Auto rausgeschossen. Du bist so cool. Ich hab's voll drauf, gell? Boom. Ich bin ein bad-ass. Denn bei dir leben noch zwei Stücke. Ja, der eine, der hat ein paar Kugeln überlebt. Guck, schon wieder einen rausgeschossen. Bin voll der Sniper-Pro. Ja, aber dafür kann ich immer hier die Autos zum Explodieren bringen. Oh, jetzt ist die eine auch tot. Oder ne, sie tanzt nur. Sie tanzt nur. Du tanzt ja. Du merkst, der hat eben getanzt. Mhm. Oh, da liegt ne, äh, Dings da. Raketenwaffe. Oh, nee. Sowas kann ja gar nicht gut ausgehen. Ja, mit dir sowieso nicht. Wieso? Ich bin hier voll der Gott. Mach mal Radio an, bitte. Also still an Bord. Hörst du das? Nö. Nicht, also ich kann Radio einstellen. Kein Radio einstellen. Wir hätten fast eben unsere Freundin hier unten in die Luft gejagt. Nee, du weißt schon, da auf dem Wahlkreuzding, das kannst du rechts-links machen. Ja, ich weiß, aber es geht bei mir nicht. Oh, der ist geflogen. Aber hier sind so wenig Leute. Oh, der geht rein. Oh, hier ist eine Klame-Tafel da. Oh, hier. Das ist voll gemeiner. Ich hole hier alles weg. Guck mal, wie die da unten fliegen. Eine kleine Familie eben ausgerottet. Ich bin gut, dass wir hier sind. Und die Reklame-Tafel, die nervt uns mal wieder. Kannst heute nicht schießen. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Guck mal, hier hat der Motorradfahrer. Oh, doch. Wow. Hey, der fliegt voll kacke. Ich kann gar nicht hinzielen. Ja, man kann irgendwie gar nicht hinzielen. Hey, wir hängen hier gerade... Nein. Wir hängen hier gerade irgendwie mit dem Stromseil dran. Die Kehrmaschine, schnell! Oh, das war knapp. Die hat's eben mit Chemikalien drauf abgesehen. Oh, da kommt noch einer. Von hinten, oder was? Nein, wieder hier diese blöde Reklame-Werbung. Reklame-Werbung. Ich könnte wirklich ein bisschen Schutz hier benutzen. Hilfe! Ich kann nicht glauben, wie großartig du bist. Geh' diese Leute! Und hier noch... Einmal weg! Was ist denn das hier? Ich schau mal ein noch. Ja, die machen aber wirklich da auch. Das ist schon komisch, dass man zwei Raketen von so einem Pipi-Auto braucht. Pipi-Auto? Pipi-Auto. Und geschafft! Schutzengel! Yeah! 6.000! Gar nicht mal so wenig. Und da ist eine hässliche Frau. Du hast gesehen? Und komm her, es gibt keinen Kopf. Du Junkie! Alter, was war das? Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Warte, ich will hier die Kehrmaschine... Nein! Ich will putzen! Oh, dann mach ich den hier. Komm, spring rein. Los, du Nutte. Wo bist denn du? Na, hier. Komm! Na, hopp! Willst du mich kaufen für eine Nacht? Na, Schatzi? So, eine Mission. Wir brauchen eine Mission. Nehmen wir den Lerncomputer. Das klingt irgendwie behindertenfreundlich. Das klingt irgendwie auf der Straße. Das war der Markt oder was? Ne, der hat einen braunen Pulli an. Und was macht ihr da? Okay, woher brauchst du mich? Ähm, well, mein Platz hat all die Daten. Ich glaube, du kannst hier kommen. Ich meine, es macht Sinn, richtig? Ich habe dein Platz vorher gesehen, Kinsey. Nicht mein innerer Denker. Gut, der tritt oben. Hey, der Wasabi, der ist voll Kacke. Wenn du so eine Kackkarrie holst, ey. Ich hab gedacht, der wäre geil. Ich dachte, der wäre geil. Ja, wieder das Problem. Du dachtest halt mal wieder. Ich fahr hier gleich in den zweiten Krankenwagen rein. Hey, den kriegst du echt nicht um. Guck mal, jetzt läuft der Amok und macht sich ein paar Opfer. Na, wir sind falsch. Wir können auch hier lang, denke ich mal. Hopp ich mal. Ne, können wir nicht. Nein, wir sind falsch. Egal. Oder fahr doch mal dahin dreh. Fahr doch mal dahin dreh. Ne, 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 ne. Oh, Junge. Guck mal hier. Voll die Versammlung. Alle, ja. Guck mal, die leben ja auch. Die leben ja wirklich alle noch hier, ne. Nein, wir sollten mal uns beeilen. Das Ding dampft schon so ein bisschen. Oh. Ah, jetzt aber. Hopp. Na, also. Dann bauen wir doch schon mal. Ja. Es geht bei der Ab. Es geht bei der Ab. Ich sehe nicht ein Bett. Es ist verbunden. Was für die Däckung macht das zu den Chopper? Matt muss hackt in seinen Flugzeuge und schreit es mit einem EMP. Du kannst das tun? Du kannst das viel schlimmer machen. Wenn Matt die Däcker die Däcker in seinen Zentral-Power-Grid hat, ist es... Trust me, it's bad. Oh, so, how do we nail the Däckers? Der Eddie. Der Eddie. Die Leute sind wahrscheinlich halbwegs zu dem Computer. Geht's! Ich mein Dildo, das war der Nigger da. Ja, der hat aber den Dildo zu dir rüber gestreckt. In mein Gesicht, wo der schon überall war bei dir. Geht's, wo ist der Computer? Das ist der PR-Center, hurry! Du weißt doch, damals als du diesen Typen einen runtergeholt hast, das werden wir alle nie vergessen. Hör auf, Sachen anzuschießen. Wir haben genügend Ärger. Ich mach doch gar nichts. Das macht der eine da. Der ballert rum. Warum ballert denn der alles ab? Wie geil. Der geht verlaut. Okay. Das klingt, wie du mich verloren hast. Geh, mach es mal! Ich mach mal mit. Na gut, dann... Machen wir Chaos. Oh nein! Was machst du, Junge? Ja, die haben mich hier gerade eben versucht umzubringen, aber ich hab's überlebt. Guck mal, die schießt immer in die Luft und so. Guck mal, hier der LKW, die hier abgeht. Ich glaub, ich kann da hinten drauf. Nee. Naja... der der die die in der die 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 aber das war gewollt jetzt sind wir wieder und nicht mit dir Hab ich schon aufgekauft. Da wohnst du jetzt, oder? Ja klar, warum nicht? Ist ziemlich geil dort. Du hättest da rechts runter müssen. Echt? Ja. Also, geht doch. Oh mein Gott. Und jetzt sagt einer, ich bin schlechter Fahrer. Wieso, ich hab uns da runtergebracht. Ist doch egal.